Schönen guten Morgen, guten Tag Leute! Hier seid ihr Sachsi Baxi Daxi und ja, heute ist es soweit. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, extra für euch, will ich jetzt aufnehmen, ist endlich rausgekommen. Auf diese Kal-Auftüre, welche wir haben so lange gewartet, Black Ops 3. Und ich hoffe sehr, dass der Black Ops 3 besser wird, als die zwei letzten. Wie die paar YouTuber haben gesagt, Monta, er setzt ganz Hoffnung auf den Black Ops 3, weil die letzten zwei haben nicht so viel Spaß wie Black Ops 3. Und Happy Grass haben ja sowas, ein Song, dass es schön vorbei ist mit Black Ops 2. Ich glaube nicht nur, aber weniger in Black Ops 2 lose. Und ja, fangen wir an, was haben wir da? Kampagnen, das kann man spielen, mehr spielen Modus. Offline, das ist interessant. Offline, Zombie Modus. Was ich, ich bin nicht sicher, auch funktionieren den Zombie-Leute funktionieren sogar. Vielleicht mache ich nächstes Mal die Zombie Modus, weil der auf der letzte Kal-Auftüre, die musste man extra kaufen, zum diese Zombie Modus aktivieren. Der war, hatte ich gewonnen, übelst kacke. Ja, Kampagnen, mehr spielen, Offline, Offline, also das wahrscheinlich, Gamebots, Shop, also ja, ok. Ok, Shop, 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 Shop. So, ja, wir machen heute mehr spielen Modus. Wie habe ich schon ausgesucht, diesen habe ich schon Beta gespielt. Und ich hoffe, es hat es besser als Beta Version. Und ihr findet Arena ein eigenes Spiel im freien Modus Kino. Ok, das wird wahrscheinlich ein Tutorial oder sowas. Was ist denn jetzt? Mach mehr, mehr spielen Modus. Spiele suchen wie immer. Standard hat Koffer, Bonus. Bonus? Spielen, also. Boden Krieg. Ok. Ok. Machen wir Standard. Team Damage, frei für alle Herrscher. Das hat sich alles so... Spielen, guck mal... Black... Blumen... Ah, was alles von neu ist. Alles ist so wie es war. Nur den da, das habe ich Beta gespielt. Also man muss einen Bot beschützen, das ist der Ziel. Und dann, wenn es sich genug beschützt, dann hat es nochmal gewonnen. Also das muss man von unserer Welt zu Gegner Welt dem Roboter geben. Und das haben wir nicht in dieser Zeit geschafft. Haben wir verloren, wenn es hat. Ja, haben wir das geschafft, haben wir gewonnen. So, machen wir Abschluss bestätigen. So wie immer. Ich hoffe, jemand ist schon ON. Weil sonst wäre das Kacke. Kacke. Kacke machen wir. Kacke, Kacke. So. Waffenreditor. Ah. Ok. Ah, der Einzel kann ich schon machen oder nicht? Ah, kann ich schon. Theoretisch. Da muss ich mir freisch halten. Ah, das ist die, ja, das bedeutet Stummgewehr, Schrottflinte, Leicht MG, Scharfschutz, MSG. Ok. Gut zu wissen. Ok. Ich glaube, er hat mir die Stummgewehr besser gefordert. Reichweite ist nicht so gut, aber schau mir. Scharfschutzflinte. Ja. Scharfschutzflinte. Die gute Scharfschutzflinte. So, Sniper. Ok. Und der Beste ist, finde ich, als Black Ops 2, weil jetzt können wir, die andere, diese, wie wir machen, die haben ja nicht freigeschaltet. Oder haben ja noch nicht diese Level erreicht. Wie stark sind die Waffen? Und was für Waffen. Ich glaube, die haben ein bisschen geändert. Also, die haben hier den Kopf. Äh, Schaden, Schaden. Welche Waffen machen sie ja für Schaden? Die. Ok. Ok. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist viel Schaden. also die spiel schon nur eine kurze raus vielleicht schnell bei frei für alle da mal sehen essen und sekundär haben wir was wir an pistolen ok bis sonne ist gut lassen ja so das kann man lassen besucher und dann messer kampfmesser ok und dann prestig granaten und taktische ok normal semtex willst kaufen sowieso das zu vier axt und das ist neu wahrscheinlich das kenne ich nicht als schüttelgranate rauchgranate mp ok es wird heute ein egal was haben wir da so also muss man so bleiben wie es aber weil ich nachbrenner ok schüppsel drehen sich schneller also wechsel nach der sprung schnell die waffe und ziel schneller ok vorher sie ihren waffen aus der hüfte setzen sie die ausrüstung einen und würden sie granaten bei ok ok was neues so ja komm schon warte mal schauen ich wollte heute schon aufnehmen ja toll jetzt hat es mir schon eine bewertete scheiße haben wir schon fehler gewonnen so gerne das kann man nicht sehen wie viel wie viele spieler wo sind bei black outside contest leuchte ruhig schauen wo sind die und so weiter ne mach einfach team deathmatch kopf verdammt im roll ich will nicht so lange ja mehr aber ich glaube ich will euch die fucking gempel zeigen also was ist speziell ist also da sind die sagen wir diese spezielle attacken also die spezielle leute welchen wir aussuchen so was ich mache sehr bogenschutze deswegen habe ich bogenschutze genommen aber der beta war nicht schlecht nicht übel gleich fangen wir an nein und der abschlussserie drohne und talon ok talon ok auch wie immer was sollte sein auf irgendwelche level kommen die nächsten ok wir fangen an team deathmatch weil alles geht nicht weil alles noch schlau und dann ja endlich nach so langen gelabber so ja toll jetzt sieht ziemlich anders aus sage ich euch die bilder aus dem wetter ich nehme also die das ja ich will gegner sehen ich bin verstecken die sich wieder oh äh gibt es hier irgendwie oder die karte ist so groß dass es schwer zu finden aber ich bin schließlich was hat auch nie auch nein fack kampf so jetzt 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 so los 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 nicht so viel stark in den chat mehr kämpfen fick dich ganz ehrlich ja von hinten überwachung ausgeschlagen da ja so ok gibt es also da kommt raus Hä?! Nein, was ist das?! Oh, lol, v! Upsi! Ah, ich muss wahrscheinlich noch anstellen. Alter, willst du mich verarschen?! Ich muss mich hier reingehen zu diesem Spiel. Weil, ja, weil jetzt die Steuerung und so weiter ist ein bisschen anders als in Black Ops 2. Loll! Junge, also da sind die. Was für Wichser! Feindliche Drohne gesichtet! Feindliche Hellstorm unterwegs! Diese Me... aber vom Design... Oh, ok. Jaaa, toll! Oh! Splittergranate! Ey, bitte mich verarschen! Ich hab dich getroffen! Oh, Mann! Oh, mein Gott! Oh, mein Wecker! Entschuldigung, aber ich hab meine Weckerpaketen! Ey, ne! Alter! Ich glaube die Empfindlichkeit, das ist das Problem bei mir! Weil das ist am Black Ops 2 war... Ich muss viel einstellen! Mein Gott! Nochmal! Lol! Weil... Ich muss sehr... Sehr viel Bewegung machen, zu mich umdrehen! Was ist die Empfindlichkeit einer für... Jetzt kommt's drauf an! Los jetzt! Auf! Warte! Ich wisse... Die Klasse will ich sehen! Oh! Er tot! Ja, na sowas! Ja, sowas! Ja, sowas! Ja, sowas! Ja, sowas! Ja, klar! Die ist besser als ich, gell? Auf einmal! Okay, wir haben verloren! Und ich bin Nubig! Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben! Auf ganzer Linie gescheitert! Wir müssen klüger kämpfen! Mhm... So, leider! Los! Oh! Der hat gesessen! Mit Shotgun kann jeder Depp spielen! Bei den Verbesserungen bestand nie eine Chance! Aha! Nicht schlecht! Ich war... Äh... Zwei Kills! Zwei beschissene Kills! Mein KD ist automatisch auf das schlechteste Niveau gegangen! Na toll! Wieso wirst die MG nicht spielen? Ja! 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 Das war's für diese letzte Video! Wir sehen uns Montag! Beim nächsten Video! Und... Macht's gut! Bis nächstes Mal! Tschüss! Rema! Schecke! Machines Death Warum Germаете! Das war's für Sjidare Ver untuk noch multiple films! Nur 13! Deutsche потому rechts. Kon 46! Aber das war oh schon! Zeugli?! das war währenddisk? Kameras H weight? Kas pal 1 pissat!